Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6457 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Zur offiziellen Eröffnung des neuen Firmengebäudes habe ich das rote Band durchgeschnitten. Zur offiziellen Eröffnung des neuen Firmengebäudes habe ich das rote Band durchgeschnitten. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Kann mir jemand erklären, was das ist? Kann mir jemand erklären, was das ist? Kann mir jemand erklären, was das ist? Wie gehen wir mit dem Wettbewerb in unserer Branche um? Wie gehen wir mit dem Wettbewerb in unserer Branche um? Wie gehen wir mit dem Wettbewerb in unserer Branche um? Ich bin in der Lage, mich von der Vorstellung zu lösen, dass ich nicht glücklich sein kann, und Freude in den kleinen Dingen des Lebens zu finden. Wenn du deinen Text oder Roman Korrektur gelesen hast, kannst du ihn veröffentlichen. Wenn du deinen Text oder Roman Korrektur gelesen hast, kannst du ihn veröffentlichen. Wenn du deinen Text oder Roman Korrektur gelesen hast, kannst du ihn veröffentlichen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.